Die Zeiten von flatternder Folie und Eimern mit Tropfwasser sind zu Ende. Wir konnten endlich Fördermittel für die Erneuerung des Scheunendachs einwerben, aber es fehlen uns leider noch über 18.000 Euro, um dieses Projekt zu bezahlen. Damit wir nicht auf teure Kredite oder Einschnitte im Bildungsprogramm angewiesen sind, brauchen wir deine Spende. Jeder Euro hilft.